ja mein erstes video jetzt auch in 4k wir sind jetzt gerade draußen und filmen das erste video ab wir haben so ein paar kleinere aufnahmen gefilmt und ja viel spaß damit so k k k k Musik So, das Video ist jetzt zwar nicht lang geworden, aber ich denke mal, jetzt sieht man auf jeden Fall die Qualität der Kamera, der neuen Kamera und ja, bis zum nächsten Mal.